Ein frommes Provinznest. Es wird Zeit fürs Tischgebiet. Für Teenager. Der absolute Albtraum. Weißt du, wir beide könnten mal ausgehen? Ich darf nicht ausgehen. Du bist 16. Und mit 16 hat man eigentlich andere Träume. Das Gefühl, wichtig zu sein, habe ich nur beim Singen. Nur beim Singen fühle ich mich nicht, als wäre ich fast unsichtbar. Ein Gesamtswettbewerb bedeutet die große Chance. Aber mit klassischem Gospel reißt man niemanden mehr vom Hocker. Stopp, stopp, stopp. Denn um diesen Contest zu gewinnen, braucht man frische Ideen und unkonventionelle Talente. Ja, mach mal ein bisschen Lärm in dem Puff hier. Du willst in unseren Chor. Ja, man. Du bist ein guter Sänger, Mama. Halt dich von dem jungen Flanken. Der hatte schon mit fünf nur Blödsinn im Kopf. Stahl mir nicht auf den Hintern. Ich bin ein anständiges Mädchen. Wuhu! Was für die zwei im Schild. Du musst neue Songs einstudieren und Wendys Arrangements übernehmen. Verschwinde aus meinem Haus. Wir wollen gewinnen, weil ich gib ihm eine Chance. Ja. Eine Chance auf Versöhnung. Eine Chance für die wahre Liebe. Eine Chance auf den größten Erfolg. Heute werden wir da entschlossen rausgehen und dann gewinnen wir das hier. Boom, gacka, lacka, lacka, boom, gacka, lacka. Boom, gacka, lacka, boom, gacka. Ich dachte immer, Kirchenmusik ist schmalzig. Joyful Noise